Musik Ha! Bin ich jetzt im Raumschiffabteil? Sehr imposant, auf jeden Fall. Willkommen, Peter. Deine Seele werde ich auch noch verzehren. Hier bin ich Klotz. Hier darf ich sein. Peter, gut, dass du hier bist. Wir müssen gegen die böse Hexe Widow kämpfen. Mit Hexen habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Sie ist dabei, das Universum zu vernichten. Du musst stoppen. Ich muss gar nichts. Hier, nimm. Spreng sie einfach in die Luft. Ich muss zum nächsten Waggon. Tschüss. Äh, eigentlich keine schlechte Idee. Äh, eigentlich keine schlechte Idee.